Hallo und willkommen zu meiner ersten Folge auf der PS4 Minecraft. Oh ja, ich hatte gerade eben schon einen aufgenommen, aber die ist mir, wie soll ich sagen, ich bin gestorben und dann habe ich die neu angefangen. Jetzt wollte ich mal sagen, Minecraft wird es zu öfters mal kommen, auf den auf der PS4. Und ich wollte mal euch fragen, kann ich hier mal Minecraft-Skin einfügen oder Mods, wenn ich weiß, was Mods sind, äh, Modifikationen zum Beispiel, Autos oder so, ob man hier einfügen kann. Oder meine eigene Minecraft-Skin, weil ich habe einen. Oh Gott. Ähm, ich würde mal sagen, wir schlagen hier Unterlager auf. Genau. Ups, dann lasse ich mal jetzt ja noch weg. Okay. Und ich brauche das Holz in mein Haus. Ich brauche es ja mal... Hm. Muss ja nicht groß sein. Ich brauche noch ein bisschen Dirt. Ich muss ja ein bisschen Holz holen gehen. Mache ich aber, bevor das Holz ausgeht, mache ich mir lieber noch eine Axt. Die Folge wird wahrscheinlich nicht so lang. ich versuche es mal so oft wie möglich zu machen also so wird es wahrscheinlich nicht die welt sein aber ich versuche es dass es euch gefällt weil wir haben schon ein paar gesagt sie mögen unbedingt mal mehr mein kraft was mache ich das auch durch zuschaut euch doch alles dann wollte ich noch mal erwähnen weil es gibt einen bestimmten hater und ich finde es einfach was bringt es diesem hater noch mal so ganz ehrlich wenn du jetzt wieder schaust was bringt es mich zu halten macht sowas nichts auch oder ich finde halt nicht okay weil ich ich tue niemand was ich bin eigentlich immer lieb bloß wenn man dann hätte ist es einfach nicht schön welche menschen sollte einfach nicht respektieren genau aber sonst der anderen mit euch bin ich allzufrieden ich tue ich will noch meinen namen bisschen besser machen keine ahnung aber irgendwas was niemand davor hat oder wo ich der einzige bin der diesen namen hat jetzt brauche ich noch dieses haus hier mal den anfang also ich finde für das erste haus ist ganz gut ich finde diese sechs holz für drei türen finde ich echt cool weil drei türen sind schon ein bisschen übertrieben jetzt bräuchte ich bloß ein bisschen wolle das ist das ist immer wichtig nach oben läuft schon freiwilliger ich habe aber nicht so weit vom haus wird ich bin ich liebe schafe eigentlich aber trotzdem ich brauche wolle noch mal ein edgar noch mal ein schaf ich brauche hier noch zwei wolle da habe ich nämlich schon das da hier perfekt mehr brauche ich gar nicht aber es sagt mir das unbedingt mal ob ich da mods einfügen kann und falls nicht aufkommen ich habe jetzt machen wir schnell ein bett ihr könnt mir auch tipps geben oder so was euch noch was wünscht und ich habe mal jetzt so gemacht dass keine monster kommen weil ich finde das nicht so toll ich mag man so nicht nix gegen creepy oder so also creepy ist creeper weil ich hatte eine welt angefangen nicht sehr schöne welt sogar halt das will jetzt schon aufgefunden habe mir was drum herum gebaut und dann kommt ein creeper und springt in die luft und dann kann ich habe sicher vorstellen dass ich mich aufgeregt habe genau jetzt brauchen wir den acht glaub ich glaube gut jetzt brauchen wir den acht glaub ich glaube gut super super ich brauche ich bloß einen Ast äh, inbarm ich, ich klaus mehr was Brennstoff muss holz rein und oben muss das rein Warte mal, ich bräuchte sogar mehrere, vielleicht kann ich wieder einen Kohleblock bauen, wenn die überhaupt geht, ich habe das noch nie ausprobiert. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 9 Stück, 7, 8, 9, was mit dem da hieß, ist 9. Genau, also dann wird es mal hier von den Parts gewesen sein und wir sehen uns beim nächsten Mal, ciao!